Ey, machen wir was zu essen. Nerz. Schatz, ich kann gar nicht kochen. Ja, was kannst du denn überhaupt, du Hund, ey? Ab in die Küche mit dir. Wer denkt, du sollst Essen sonst machen? Ich? Denkst du, ich hab sowas gelernt? Die Wäsche liegt da auch noch rum. Mach mal endlich, weißt du, fauler Sack. Und was ziehst du hier so einen Tanktop an, hä? Man sieht fast deine Nippel durch, ey. Man denkt, du gehst auf Strich. Ja, nein. Stell dir mal vor, komm Postbote rein. Ja, ich bin doch hier zu Hause. Also, ja, okay, ich zieh mich in der... Ja, Mama, okay. Ey. Ja, was denn? Zieh mal deine Hose aus. Ich hab Bock. Gib mal jetzt hier dein Ding her. Ich kann ja nicht den ganzen Tag Zeit. Ich geh mir in eine andere Suche, sonst. Ey, komm, zieh mal auswärts. Ist mir doch egal, wer ist dir wichtiger, hä? Jo. Ey. Ey, du hast aber gut zugelegt, ey. Ja, ich hab trainiert, ja. Ja, öfter trainiert, ja. Ein bisschen viereckig ist er noch, aber sind schon auf einem guten Weg. Ja, danke. Ja, und dann hab ich gesagt... Oh, da hab ich ihnen gesagt... Sorry, ich kann's einfach nicht lassen. Mann, hör mal auf, was hat der Schatz hat da... Auf jeden Fall hab ich denen gesagt... Hör mal auf jetzt. Auf jeden Fall... Hallo. Hallo. Hör mal bitte auf jetzt. Ich will dir was erzählen. Ist mir doch egal, du glauberst eh nur Bullshit. Oh, ey, Männer, sind so sensibel. Damn, 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 danke fürs Zuschauen noch mal. Und ja, ey, ich hab mich echt komisch jetzt bei diesem Video gefühlt, ganz ehrlich. Minderwertig. Als wär ich so Objekt, ey. Damn, aber ja, es ist ja die Realität und es gibt einfach Männer da draußen, die wirklich sich so verhalten gegenüber Frauen. Nicht alle, nicht alle, zum Beispiel ich, mich und noch so manche andere. Aber, ähm, ja, die meisten... Also, ich will nicht sagen, ich weiß nicht, ob ich das die meisten sagen kann, aber sehr, sehr viele, die verhalten sich echt so, als wäre die Frau so ein Art Objekt. Also, wo ich grad das Video gedreht hab, damn, Alter, ich hab mich echt... Das war echt kacke, das Gefühl. Auch jetzt grad beim Schneiden, muss ich ehrlich sagen, war es echt... Wuh! Wuh, 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 wuh. Ja, man, schreibt mal eure Meinung in den Kommentaren hin, so, wie ihr das so seht. Und, ähm, ja, man würde mich echt interessieren. Alrighty, bis zum nächsten Mal! Wuh! Wuh!